Die Wollnys sind den RTLZWEI-Zuschauern ans Herz gewachsen. Besonders Nestekchen Estefania kommt mit ihren Gesangskünsten gut an. Bei ihrem letzten Auftritt wurde es emotional. Sie ist die wohl bekannteste Großfamilie Deutschlands und ihre Mitglieder sind mittlerweile richtige Fernsehstars. Die Wollnys. In der RTLZWEI-Sendung, die Wollnys, eine schrecklich große Familie, ist auch Töchterchen Estefania, die zweitjüngste Tochter der XXL-Familie, zu sehen. Die TV-Bekanntheit hat ein Händchen für Musik und traut sich mit ihren eigenen Songs auf die Bühne. Die Wollnys, auf RTLZWEI, TV-Liebling Estefania startet mit Gesangskarriere durch. Die Wollnys, Spross Estefania hatte schon mehrere Auftritte. Nicht immer nur gab es Lob für die 21-Jährige. Bei ihrem letzten Konzert wurde es plötzlich emotional. Viele träumen davon und Estefania Wollny hat es geschafft, das eigene Konzert mit massig Zuschauern. Doch bei ihrem letzten Auftritt, den die stolze Mama Sylvia Wollny prompt in ihrer Instagram-Story teilt, konnte sie ihre Tränen nicht zurückhalten. Doch was war geschehen? Es passierte, als sie ihren Song, Doppelt laut, vortragen wollte. Ein Lied für die Kinder ihrer Schwester Sarafina. Die Zwillinge Emory und Kasai mussten nach einer verfrühten Geburt um ihr Leben kämpfen. Eine schwere Zeit für die ganze Familie, die Estefania in ihrem Song verarbeitet. Diese Ergebnisse beschäftigen sie noch bis heute. Übrigens, die Wollnys leben zum Teil in der Türkei. Die Wollnys, Spross Estefania Wollny bricht mitten im Konzert in Tränen aus. Silvia Wollny teilte am Samstag, 16. Dezember, einen Videoclip von ihrer Tochter, in dem zu sehen ist, wie Estefania ihren Song, Doppelt laut, auf der Bühne performt. Im Hintergrund laufen Aufnahmen der Zwillinge. Mitten im Song muss die 21-jährige Estefania plötzlich anfangen zu weinen. Der Song ist einfach zu emotional für die junge Künstlerin. Sie schlägt die Hände vor ihr Gesicht und braucht ein paar tiefe Atemzüge, um sich zu beruhigen. Die Fans scheint Estefanias Gefühlsausbruch nicht zu stören, im Gegenteil. Sie scheinen ebenfalls von der Geschichte und dem Song ergriffen zu sein und jubeln dem, die Wollnys, Nachwuchs zu. Die Wollnys, sehr emotional. Estefania schaffte es bei DSDS in den Recall. Egal, ob in den neuen Folgen der eigenen TV-Doku, die Wollnys, eine schrecklich große Familie, auf RTLZWII, auf der Bühne oder auf Social Media, Estefania Wollny verzaubert die Fans mit ihrer sympathischen Artikel. Die Großfamilie weiß einfach, wie man die Fans unterhält. Das hat Estefania auch bei der Castingshow DSDS unter Beweis gestellt. So nahm, die Wollnys, Mitglied Estefania 2019 bei DSDS teil und stellte dort ihr Gesangstalent auf den Prüfstand. Doch der Recall war damals schon Endstation für die damals 19-Jährige. Danach ging ihre Musikkarriere aber erst so richtig los. Schon gewusst, damit verdienen die Wollnys abseits der TV-Sendung Geld.